Das ist die Lifehacks-Show! Welcome to a Lifehacks-Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Schmeurer! Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Wenn ich unterwegs bin als digitaler Nomade und dann mit anderen Menschen ins Gespräch komme, ist eigentlich immer der Ablauf ziemlich ähnlich. Erstmal sind sie mega geflasht, dass ich von überall arbeiten kann und leben kann und sagen, wow, geil, 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 will ich auch, wie geht das? Und eine der nächsten Fragen ist immer, wie verdienst du dein Geld oder wie viel Geld verdienst du? Und ich glaube, gerade in Deutschland treibt diese Frage sehr viele Menschen um. Wie viel Geld verdient mein Nachbar? Wie viel Geld verdient mein Kollege? Wie viel Geld, keine Ahnung, verdienen meine Freundinnen? Selbst unter Freunden oder Freundinnen wird in Deutschland, glaube ich, kaum über Kohle gelabert. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, wäre mal interessant zu wissen. Aber im Vergleich zu anderen Ländern, wie beispielsweise den Staaten in den USA, da ist in der Jobausschreibung selber auch immer schon das Gehalt festgeschrieben. Und so weiß eigentlich auch jeder in der Company, was der andere verdient. Oder es gibt so coole Firmen wie Buffer, die ein mega transparentes Gehaltsmodell haben. Das heißt, es gibt eine Formel, nach der sich dann das Gehalt von jedem Mitarbeiter berechnet. Die Formel ist öffentlich einsehbar, sogar für alle, auch außerhalb. Für alle Leute, die nicht bei Buffer arbeiten, die sind wirklich so Vorreiter in Sachen Transparenz, kann sich dann jeder selbst ausrechnen, was er bei Buffer verdienen kann. Und zusätzlich ist Buffer nicht nur deswegen cool, sondern auch, weil sie eine der wenigen Remote-Companies sind, die ihr Team völlig, vollständig Remote aufgestellt haben. Buffer hat mittlerweile fast 100 Mitarbeiter und die arbeiten überall auf der Welt verteilt. Der Marketing-Manager von Buffer, ich komme gerade nicht auf den Namen, Franzose, super, netter Care, der hat auch einen Workshop auf der DnX gegeben. Der ist beispielsweise meistens in Paris oder reist um die Welt und kommuniziert dann von überall mit seinen Team-Members. Und einmal im Jahr treffen sich dann die ganzen Buffer-Teamkollegen auf einem Retreat. Also das ist auf jeden Fall so die Zukunft der Arbeit. Jetzt habe ich den Namen, Mann, das hat mich gerade voll beschäftigt. Rodolphe, Rodolphe Dutel oder so. Er hat auch selber ein Remote-Projekt, das verlinke ich in den Show Notes. So, und weil ich das immer so oft gefragt werde, möchte ich es jetzt gerne auch mal hier komplett auf dem Podcast für alle beantworten. Das ist nämlich im Grunde kein Geheimnis. Es ist nämlich so das Outcome von richtig harter Arbeit seit dem Beginn meiner Selbstständigkeit. Ich bin jetzt schon seit über vier oder fünf Jahren selbstständig und vorher habe ich ganz normal in Startups gearbeitet, habe da eigentlich immer richtig gut verdient. Auch irgendwann klein angefangen, aber dann mich bewährt in dem Job, mehr Verantwortung bekommen und ein Salary-Race bekommen, also mehr Kohle bekommen, mehr Headcounts, also mehr Teamverantwortung in dem Team, die dann quasi in meinem kleinen Team mit mir zusammengearbeitet haben. Und damit ist dann auch der Job-Title gestiegen. Im Grunde war es eigentlich so die Traumkarriere, würde ich mal fast sagen, von vielen Menschen. Ich war in coolen Startups, konnte anziehen, was ich wollte, habe international gearbeitet, war viel in der ganzen Welt unterwegs und habe da die Local SEO-Teams geschult, beispielsweise bei StepStone, war ich International Online-Marketing-Manager. Aber letztendlich hat mir doch irgendwas gefehlt am Ende des Tages und deshalb habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht. Und dann kam ja eins zum anderen, die Story, wie wir digitale Nomaden geworden sind, verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes zusammen mit Feli. Aber das soll jetzt auch nicht Bestandteil von diesem Podcast sein. Auf jeden Fall bin ich jetzt selbstständiger, ortsunabhängiger Unternehmer und verdiene zu 100% mein Geld selber. Und Leute, das ist das geilste, geilste Gefühl ever. Ich arbeite wahrscheinlich nicht weniger als vorher, ich arbeite, glaube ich, eher mehr. Jetzt haben wir beispielsweise Sonntagnachmittag, 16.16 Uhr. Das ist jetzt schon der dritte Podcast, den ich für heute aufnehme, habe eben an der Website gebastelt, habe davor Sponsorenakquise gemacht und bin eigentlich schon den ganzen Tag am Arbeiten. Aber ich habe kein Problem damit, weil ich war gestern auch nicht raus. Also ich bin fit, ich bin produktiv an einem Sonntag, war um 5.30 Uhr wach. Und das ist, glaube ich, so das Geheimnis, es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Das ist das Geile. Ich arbeite jetzt hier gerade, ich nehme einen Podcast an, aber es fühlt sich nicht nach Arbeit an, weil es mir einfach total Bock macht, jetzt mit euch zu kommunizieren. Oder vorhin, was haben wir gemacht, Finance zusammen, Feli und ich, und an dem Business gearbeitet. Oder davor dann Partner angegangen. Oder mit einem Speaker hatte ich eben noch Kontakt, wo wir uns über den Title für die nächste DNX ausgetauscht haben. Das sind alles Sachen, die machen einfach Bock. Und weil bei mir der Schmerz auch noch so stark ist und die Erinnerung so klar und genau, wie es sich angefühlt hat, für jemand anderen zu arbeiten und jeden Morgen aufzustehen, auch wenn man vielleicht manchmal keinen Bock hatte, in diese scheiß Bahn sich zu zwängen und dann im Büro zu sein. Also es war nicht alles Kacke im 9to5, aber irgendwie hat es sich nicht richtig angefühlt, zumal man dann irgendwann auch mitgekriegt hat, was man selber auf dem Kasten hat und was die anderen auf dem Kasten haben. Und in mir war irgendwann der Drang so groß, mich selbst zu verwirklichen, dass ich es dann einfach gemacht habe. Okay, jetzt Karten auf dem Tisch. Womit macht Markus Meurer seine Kohle? Zum einen natürlich ganz klar über die DNX-Events. Da kommen Einnahmen über die Tickets rein und da kommen Einnahmen über Sponsoring rein. Viele rechnen jetzt aber gerne die Ticketpreise, mal Anzahl der Teilnehmer hoch und sagen, wow, wie geil, Event, cooles Businessmodell ever, ich mache auch ein Event. Das Problem ist, was viele dabei vergessen, ist, dass man bei einem Event super, super viele Ausgaben hat. Man hat Ausgaben für die Event-Location, man hat Ausgaben für die Technik. Nur mal ein Beispiel jetzt von der letzten DNX in Berlin im Mai. Wir mussten die Location bezahlen in den Heimathafen, wir mussten dort eine eigene Event-Managerin bezahlen für die Vorbereitung des Events, was dann voll auf unsere Kappe ging. Wir mussten die Techniker vor Ort bezahlen, wir mussten das Stuff, wir mussten den Tontechniker bezahlen für den Tag, den Lichttechniker für den Tag, beide Techniker für die Generalprobe, am Tag vorher mussten wir bezahlen, mussten das Stuff an der Theke bezahlen, haben Kosten gehabt für die Getränke-Flat, also für die Getränke, dann mittags für das Catering, dann zahlen wir allen Speakern eine Speaker-Fee, das sind Kosten, die verursacht werden, Security kann anfallen, das fällt beispielsweise in Lissabon an, dann haben wir noch Kosten für unser eigenes Team, was ja auch voll involviert ist in der DNX. Wir haben eine eigene Event-Managerin, die komplett für das Event bezahlt wird, wir haben Kosten für das Ticketsystem, für Eventbrite in dem Fall, die eine Commission kriegen und wir haben auch Kosten für den Payment-Anbieter und dabei habe ich glaube ich jetzt auch noch einige Sachen vergessen. Also es sind summa summarum ganz schön viele Kosten, plus was viele überhaupt nicht auf dem Kasten haben, ist die Umsatzsteuer, die man dann pro Ticket auch noch abführen muss und das ist in Deutschland nicht wenig, ist eine 19% Umsatzsteuer, das heißt ein Fünftel von dem Ticketpreis geht auch nochmal direkt an das deutsche Finanzamt. Aber ich will mich beschweren, es macht super viel Spaß, es ist super rewarding, es ist geil Leuten eine Bühne bieten zu können, das Feedback treibt uns weiter an. Wir haben mit der DNX schon so viel Leben verändert, dass wir sagen so, das ist echt unsere Passion und wir wollen dafür stehen, dass wir die Bewegung der digitalen Nomaden noch größer machen, dass jeder irgendwie seinen eigenen Stil leben kann, sich selbst definieren kann, wie er in Zukunft arbeiten möchte und nicht eingezwängt in irgendeinem Büro, in 9 to 5 und genau dafür stehen wir. Also DNX connectet und unterstützt digitale Nomaden, wo es nur geht und das auch weltweit. Dann haben wir neben den DNX-Konferenzen die DNX-Camps, die sind mehr oder weniger break-even, also da machen wir jetzt noch nicht den Mega-Gewinn mit, gerade wenn man einberechnet, wie viel Vorbereitungszeit auch von Feli und mir da reingeht, auf den meisten Camps sind wir auch noch selber, dann ist das eigentlich eine Nullnummer, aber wir beide sagen, dass wir unterm Strich so viel selber davon mitnehmen, also durch die geilen Kontakte mit unserer Community, man lebt ja dann 10 Tage echt auf engstem Raum zusammen, hilft sich gegenseitig beim Business, macht Workshops, macht Masterminds, hat Talks, geht abends zusammen raus, geht feiern. In Brasilien gehen wir zusammen Kitesurfen, auf Lemnos waren wir zusammen Windsurfen plus Kitesurfen, in Thailand zum Beispiel haben wir zusammen Muay Thai gemacht, in Lissabon im Camp waren wir auch zusammen Surfen. Von daher sagen wir, das ist cool, das ist geil, auch wenn jetzt ehrlich gesagt auch viele Business-Coaches die Augen immer verdreht haben, denen erzählt haben, mit den Camps machen wir keinen Gewinn oder so, haben gesagt, Leute, ey, macht das nicht, das ist zu viel Aufwand, konzentriert euch lieber auf die Sachen, die Gewinn machen, würden wahrscheinlich viele andere Unternehmer auch sagen, aber wir sagen, nee, wir wollen lieber die Message, wir sehen das auch so als Reichweitenverstärker, weil dadurch die Leute, die bei uns auf dem Camp waren, die meisten kommen immer wieder und ich meine, das ist ja eigentlich ein geiles Feedback, ein besseres kann es ja gar nicht geben, dass die gleichen Leute sich immer wieder einloggen auf die Camps und sagen, das ist so cool, was ihr da macht, ich will wieder dabei sein, das war so eine geile Zeit und diese Leute, diese, sag ich mal, 20, 15 bis 20 haben wir im Schnitt auf dem Camp, in Lemnos ist unser größtes Camp gewesen, haben wir 50 auf dem Camp gehabt, diese 50 Leute, die gehen jetzt raus in die Welt und die spreaden the word, spread the word, die, wie heißt das auf Deutsch, die verbreiten quasi deine Botschaft und die erzählen anderen, wie cool es da war und die erzählen anderen, was sie erlebt haben auf dem Camp, die erzählen anderen, wie geil es ihnen geholfen hat, ihr Business aufs nächste Level zu bringen, von daher hilft es eigentlich wieder dem Markenaufbau der Marke DNX, dass die Leute wissen, das ist cool, was die Leute, was Markus und Felia machen, DNX ist geil und ich muss auf dem nächsten Event irgendwie dabei sein. Dann, dritte Säule, beziehungsweise es gibt noch keine Einnahmen, ist hier der Podcast, auch wenn er immer weiter wächst und wir jetzt bei fast 50.000 Plays pro Monat sind, habe ich hier noch kein Sponsoring verkauft, das, was hier mal als Sponsoring lief oder als Partnering war mit dem 5-Minute-Journal, die haben mir quasi einen Rabattcode für euch gegeben als Audience, weil ich einfach mal das Format testen wollte, habe aber keine Kohle dafür gekriegt, sind aber ein guter Partner von uns, haben beispielsweise bei der letzten DNX Global in Berlin auch die Journals zur Verfügung gestellt und wir haben die dann quasi mit als Partner aufgenommen. Dann beispielsweise hat mich Blinkist angeschrieben, die haben gesehen, dass ich darüber eine Folge gemacht habe, die gehen jetzt nächste Woche mit einem neuen Feature live, nämlich kann man die Blinkist-Folgen, kann man da auch auf Deutsch hören und das ist so mein erster Bartering-Deal. Ich habe gesagt, jo, ich kann gerne da irgendwie noch eine eigene Folge zu machen, weil ich das Feature auch cool finde, die App cool finde und kriege dafür beispielsweise dann den Blinkist-Zugang für ein Jahr for free. Das ist so ein sogenannter Bartering-Deal. Also du kriegst eine Leistung und du gibst dafür auch eine Leistung, aber es fließt nicht direkt Kohle. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Ziel von dem Podcast. Also zum einen ist ein Podcast ein geiler Türöffner zu richtig spannenden Menschen und zum anderen kann man über den Podcast quasi sein mit seiner Reichweite dann auch coole Deals eingehen und cool bartern. Dann eigentlich die Haupteinnahmequelle ist der Reiseblog Travelicia, den wir zusammen aufgebaut haben, www.travelicia.de. Warte mal, ich schreibe das mal eben auf, dass ich das auch in den Shownotes verlinke. Wenn ihr den Blog noch nicht kennt. Und da haben wir all unser Herzblut und Passion reingesteckt. Also von Anfang an, als wir losgelegt haben auf den Philippinen, da sind wir quasi als digitalen Nomaden gestartet und hatten so das erste Mal die Idee, wir bauen einen Blog auf, den aber professionell, dass wir später davon leben können. Haben da all unser Know-how reingesteckt. Ich von meiner Online-Marketing-Seite, Feli von ihrem Wissen über das jahrelange Reisen als Backpackerin, und mir hat da quasi schon gefühlt die ganze Welt gesehen, haben wir da richtig, richtig viel krassen Mehrwert geliefert, geilen Content erstellt. Ich habe über SEO-Maßnahmen dann Traffic generiert auf dem Blog. Da haben wir mittlerweile fast 80.000 Visiter im Monat. Und darüber kommt dann Kohle in Form von Kooperationen mit Touristikunternehmen, die natürlich sehen, wie viel Reichweite der Blog hat. Auf Facebook haben wir jetzt 10.000 Fans geknackt, haben jetzt auch diesen kleinen blauen Haken quasi als Trusted Player in der Facebook-Welt, quasi als Autorität. Das finden die Touristikunternehmen richtig spannend, machen mit uns Social-Media-Kampagnen und dafür fließt dann auch Kohle oder machen Gewinnspiel. Das heißt, die stellen quasi gute Preise und bekommen dann Reichweite über den Travelista-Blog. Dann, dadurch, dass so viel Traffic auf dem Blog ist, das ist ein High-Traffic-Blog, kann man natürlich auch über Affiliate-Marketing Einnahmen verbuchen. Affiliate-Marketing heißt, du empfiehlst was jemand anderem und derjenige, wenn er das cool findet, kauft sich das und du kriegst dann eine Kommission von dem Händler. Ganz einfach am Beispiel Amazon erklärt, wir machen ein Review über einen richtig geilen Rucksack oder einen Backpacking-Rucksack oder beispielsweise über das Buffy-Tuch, was ich bei den Flügen immer gerne um den Hals trage, schreiben darüber, machen vielleicht sogar ein Video, verlinken das dann auf Amazon. Für dich wird es nicht teurer, also auch wenn du direkt auf Amazon gehen würdest, kostet das genauso viel, als wenn du über unseren Link gehst. Amazon kann aber dann tracken, woher jetzt der Besucher gekommen ist. Du bist also quasi, fandest das Review cool, was ich gemacht habe oder Feli gemacht habe über den Buffy. Über das Buffy-Tuch bist auf Amazon, kaufst das Ding und dann kriegen wir eine Kommission. Je nach Kategorie auf Amazon kriegst du zwischen 2 und 5 Prozent. Das klingt jetzt nicht viel, aber bei entsprechend vielen Käufen und vielen Traffic und vielen Klicks kann sich das dann auch aufsummieren auf über 1.000 Euro im Monat. Und so funktioniert dann das Amazon-System. Also die sehen dann, dass der Lead über uns gekommen ist und wir kriegen dann einmal im Monat eine Ausstattung. Und was spannend und interessant ist, dass auch alle anderen Sales, also wenn du dir jetzt das Buffy-Tuch holst, aber gleichzeitig holst du dir noch, keine Ahnung, eine neue Zahnbürste, ist jetzt nicht so passend für Amazon, aber vielleicht noch Kopfhörer und ein neues Smartphone, dann kriegen wir Kommission auf diesen ganzen Warenkorb, also auf den kompletten Basket. Und das ist manchmal ganz interessant, was die Leute da alles auf Amazon finden und suchen und kaufen, weil das überhaupt nicht die Sachen sind, die wir empfohlen haben, aber partizipieren damit. Dann neben Amazon gibt es noch mehr Partnerprogramme wie Globetrotter oder Hanse-Merco, Langzeit-Reiseversicherung empfehlen wir gerne, DKB gibt es eine kostenlose Kreditkarte. Es gibt dann ganze Affiliate-Netzwerke wie Zahnhocks, Affili-Net, Trade-Dubbler, wo du dann verschiedenste Partnerprogramme aus der Reisewelt oder je nachdem aus deiner Welt, zu der deine Webseite gerade gut rankt oder du Traffic hast, wo du dann Partnerprogramme einbauen kannst. Das kann zum Beispiel auch eine Flugsuchmaschine sein, Momondo haben wir uns beim Partnerprogramm angemeldet. Und ja, die fetten Brands, die Firmen, haben dann diese Affiliate-Programme. Man muss sich dann bewerben mit seiner Website, muss ein paar Traffic-Daten offenlegen und entweder die approven dich dann oder lehnen dich ab und wenn die dich approven, dann kannst du die Werbemittel von denen einbauen mit einem Tracking-Link und sobald ein Sale generiert wird, kriegst du dann die entsprechende Commission. Und mittlerweile können wir eigentlich ganz gut von dem Reiseblock leben zusammen, aber wir haben ja jetzt noch viel mehr Sachen aufgebaut, aber wenn man sich jetzt voll auf dem Block fokussieren würde, würden wir mit dem Block monatlich zwischen 3.000 und 5.000 Euro machen. Und unser erstes Ziel war irgendwie nur, irgendwie 1.000 Euro zu machen, dann 1.000 Euro für jeden und so, haben wir da echt richtig hammer, hammer, hammer hart von Anfang an gearbeitet. Und diese Arbeit zahlt sich dann irgendwann aus, weil über die Jahre gewinnt dann die Domain auch an Trust. Und die Google-Rankings werden immer stabiler, man wird zu bestimmten Money-Keywords gerankt. Wir haben es zum Beispiel geschafft, Packliste sind nach ziemlich weit nach vorne, nach vorne, nach vorne zu bringen, Airbnb-Tipps und dementsprechend kommt dann auch der Traffic auf die Seite und man partizipiert dann von den Partnerprogrammen. Bei Airbnb zum Beispiel kriegt man für jede Anmeldung dann Guthaben und so bauen wir immer wieder cooles Guthaben auf. Ich glaube, mittlerweile haben wir wieder 600 Euro auf Airbnb und immer wenn wir reisen, können wir das Guthaben dann auch einlösen. Und das alles dank dem Travel-Blog und dank dem Artikel, den wir dazu geschrieben haben. Aber das ist nicht nur irgendein Artikel, das ist natürlich ein richtig geiler, guter Artikel, der entsprechend dann auch Mehrwert bietet, sonst würde Google den auch nicht so hoch ranken, weil Google sieht ja auch direkt, wie hoch ist die Verweildauer und sieht auch, wie ist die Bounce-Rate, also wie lange sind die Leute auf dem Artikel geblieben, haben sie das gefunden, was sie suchen. Wenn die Leute nach zwei Sekunden wieder zurückkommen auf die Google-Ergebnisseite, dann spricht es nicht gerade dafür, dass der Content cool ist. Dann noch ein Projekt, was wir ganz am Anfang aufgebaut haben, neben dem Reiseblog, weil das dauert, bis da die ersten Einnahmen kommen und es hat auch ein halbes Jahr gedauert, bis die ersten paar Euro 50 kamen und dann ein Jahr und irgendwie relevante Einnahmen so nach anderthalb, zwei Jahren. Es kann auch noch viel länger dauern, wir haben Glück gehabt, dass wir da so viel Know-how vorher hatten und richtig viel, viel Gas gegeben haben. Aber was immer gut funktioniert, ist Freelancen, also Dienstleistungen für andere machen. Und da haben wir dann von Anfang an quasi für andere, auch als Freelancer gearbeitet, ich im Online-Marketing, man konnte mich also buchen, meine Expertise, und ich habe dann Firmen im Online-Marketing beraten, habe SEO-Kampagnen für die gemacht, SEA, CPC, also Kost-per-Klick-Kampagnen, wie über Google AdWords oder Facebook Advertising und habe dafür gesorgt, dass der Traffic auf die Seite von denen gekommen ist und dann quasi ein Conversion-Funnel aufgebaut, um diese Leads, das sind die Website-Besucher, dann in Sales umzuwandeln. Das haben wir unter dem Namen Online-Angels gemacht, haben uns da auch ein eigenes Logo für angelegt und das waren nun so unsere ersten Versuche als Freelancer. Mittlerweile arbeiten wir jetzt nicht mehr für andere als Freelancer, aber es ist immer ein richtig, richtig geiler Start, um die ersten Einnahmen zu generieren. Was aber immer noch läuft und wir von Anfang an aufgebaut haben, ist das Projekt Rock My Site. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Und da erstellen wir dann Webseiten für Startups und mittelständische Unternehmen, kann auch mal ein fetterer Brand sein. Und das sind natürlich dann ganz klassisch Website-Aufträge. Die Preise stehen auf der Website. Wir kriegen dann pro erstellter Website 2.000 Euro oder so und das fließt natürlich auch noch in unsere Einnahmen rein. Mittlerweile haben wir uns auch ein Team aufgebaut, dass ich das nicht mehr alles selber machen muss. Am Anfang habe ich alles noch selber gemacht. Und so haben wir quasi als digitalen Nomaden damals gestartet. Und neben Rock My Site haben wir dann noch ein weiteres Projekt gestartet, Wundersite.net, aber ich glaube, da ist nur noch eine Weiterleitung drauf, wo wir gesagt haben, wie können wir das eigentlich automatisieren, diese Website-Erstellung. Haben schon immer gedacht, Prozesse, Systeme schaffen, um selber mehr Zeit zu haben. Haben gedacht, okay, viele Leute brauchen so eine persönliche Website, wie ich sie habe, markusmeurer.de oder feliciahagarten.de. Könnt ihr euch mal anschauen, verlinke ich auch in den Shownotes. Haben viele gefragt, wie macht das, wie geht das? Und wir wollten das dann automatisieren und dann quasi nur noch Standard-Teams anbieten und das Ganze dann unter einem Wundersite verkaufen. Haben wir auch eine Zeit lang erfolgreich gemacht. Mittlerweile haben wir es jetzt mit Rock My Site zusammengefasst. Wichtig ist auch immer, mal so Bestandsaufnahmen zu machen, gerade bei mir und Felican ist die Gefahr groß, dass wir viel zu viel machen und dann irgendwann im Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, weil wir immer noch so unter Feuer sind, dass wir endlich selbstständig sind und Unternehmer sind und jeden Tag das tun und machen können, was wir wollen, sodass man schon ein bisschen ausartet. Dann habe ich noch einen uralten SEO-Blog, den habe ich damals angelegt, als ich bei StepStone als SEO gearbeitet habe und ich konnte natürlich, die Seite hatte über 5 Millionen Visiter pro Monat, konnte es nicht riskieren, dass die Seite abraucht oder von Google abgestraft wird aufgrund meiner SEO-Maßnahmen. Deshalb habe ich mir quasi so eine eigene Spielwiese gebaut und weil die Seite jetzt auch schon so lange im Netz ist, kommen da auch immer wieder mal Anfragen für Kooperationen oder für Advertorials und darüber mache ich dann auch noch ein kleines Taschengeld, ohne dass ich die Seite weiter pflege. Aber das ist wieder ein gutes Beispiel, wenn du die Wahl hast, heute anzufangen oder morgen anzufangen, fang immer, 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 immer heute an, weil sobald du die Domain in den Umlauf bringst, sobald ein bisschen Content drauf ist, wird das von Google gecrawlt und später irgendwann zählt auch Trust und Alter der Seite. Je älter die Seite ist, umso mehr Trust hat sie bei Google, umso besser wird sie gerankt. Also fang auf jeden Fall heute schon an, deine ersten Webseiten zu stellen. Absolut. Echt. Egal, was du gerade machst oder du hast es eh schon die ganze Zeit vor, nach dem Podcast setz dich hin, registriere die Domain, erstelle den ersten Content, mache ein WordPress-Team drauf, ist alles keine Raketenwissenschaft und bring die Seite erstmal live, weil es macht auch viel mehr Bock, an so einem Live-System zu arbeiten, als an einer Webseite, die noch gar nicht live ist und nur im Hintergrund und man, keine Ahnung, dann irgendwann, im schlimmsten Fall lässt man die ja nie live gehen. Dann, wofür wir noch Kohle kriegen, sind Speaking-Gigs auf anderen Konferenzen, wie zum Beispiel am WeShare-Festival in Paris waren wir jetzt und reden über einen digitalen Lifestyle oder werden als Experte angefragt für Webinare oder auch mal für White Papers oder von den Medien, die dann Zitate von uns wollen und da fließt manchmal dann auch Geld und das ist auch eine ziemlich coole Einnahmequelle, weil zum einen macht es mega Spaß, über sein Thema zu reden, wo man Experte ist und es schafft auch immer wieder Reichweite. Also das wird auch immer mehr, dann wie ihr seht, also wir haben uns echt auf viele Säulen aufgestellt, um möglichst risikoarm als Unternehmer unterwegs zu sein und nicht nur von einer Quelle abhängig zu sein, wenn beispielsweise jemand das Affiliate-Programm zumacht, dass wir dann nicht auf einmal von 100 auf 0 fallen und nicht mehr wissen, womit wir unsere Kohle machen. Dann, was noch passiert ist, ab und zu kriegst du als Influencer gerade auch in der Reiseszene coole Sachen zugeschickt, Gadgets quasi, die man testen und ausprobieren kann Wir kriegen jetzt beispielsweise, müsste jetzt bald ankommen, eine Virtual Reality-Brille zugeschickt, ein Smartphone ohne 360-Grad-Kamera, da freue ich mich schon mega drauf, die teste ich dann auch in Berlin, spätestens Brasilien auf unserem Camp und insofern hat der Brand, die Marke auch was davon, weil du natürlich, wenn es cool ist, also es ist jetzt ohne Verpflichtung, die schicken uns das erstmal einfach so zu und wenn es cool ist, spreche ich natürlich darüber, wenn es nicht cool ist, spreche ich nicht darüber und wenn es richtig scheiße ist, spreche ich vielleicht sogar darüber, aber das ist dem Firmen durchaus bewusst, darum schicken die in der Regel auch nur richtig geile Sachen und das finde ich eigentlich auch immer so eine ziemlich smarte Art und Weise, auf jemanden zuzugehen, also erstmal überhaupt nicht diese deutsche Mentalität, was habe ich davon, also immer zu fragen, was habe ich davon und sich davon mal zu lösen und zu sagen, ich gebe, also first give and then take oder überhaupt nicht take oder ask, sondern erstmal geben, 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 es kommt eh zurück und das finde ich auch cool, dass erste Firmen das verstanden haben und jetzt quasi dann Sachen zur Verfügung stellen zum Testen und wenn es cool ist, wie gesagt, dann schreibe ich darüber und ähnlich war es ja auch mit meinem Boxhaus-Deal, dazu habe ich auch eine eigene Folge gemacht, die verlose ich auch mal, der Rainer vom Boxhaus hat mir dann die Klamotten zugeschickt, als er gemerkt hat, dass ich das cool finde, hat mich erstmal gefragt, ob er ein Bild von mir haben kann auf Social Media und das dann teilen kann und so kam das dann zustande und weil ich die Sachen eh cool finde, trage ich die natürlich auch gerne und was wir super gerne machen, eben das Beispiel mit dem Buttering-Deal mit Blinkist ist, ein Deal, wo dann eine Leistung gegen eine Leistung getauscht wird und so sind dann viele, den Ex-Partner, die Deals, die sind auch eher Butter-Deals, also dass wir irgendein Tool nutzen können oder irgendein Service und die dadurch dann Reichweite durch uns bekommen, weil sie offizieller Partner sind und dann auf ein Logo kommen, in den Newsletter, auf die Website, auf die Präsentation. Das ist eigentlich immer cool, wenn du selber irgendwas hast, was die Leute gerne hätten und in unserem Fall ist das dann Reichweite und Expertenstatus zu einem bestimmten Thema. Ja und dann, ich glaube das waren wie viel? Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun verschiedene Einnahmequellen. Also es ist ein riesen Potpourri von Einnahmequellen, die ich habe. Mir aber echt durch harte Arbeit nach und nach aufgebaut, eins nach dem anderen. Wir werden auch nicht müde weiterzumachen. Als nächstes könnte zum Beispiel anstehen, dass die dnxjobs-Plattform auch monetarisiert wird. Die haben wir auch mit harter Arbeit aufgebaut. Ich weiß, da ist richtig viel Traffic drauf und ich weiß von den Rückmeldungen von den Firmen oder den Leuten, die die Jobs ausschreiben, dass sie immer wieder die Stellen damit gut besetzen. Momentan ist dnxjobs.com, ist übrigens die URL, verlinke ich auch, sind die Ausschreibungen komplett kostenlos. Sowohl für den User, der sich bewirbt, als auch für die Firmen, die ausschreiben. Und da könnte mal irgendwann ein smartes Modell sein, dass du von den Firmen, die in der Regel ja auch eh mehr Kohle haben als der Endkunde. Also B2B-Business kannst du immer mehr Kohle machen als im B2C. Darum sind Konferenzen auch nicht das allergeilste Business-Modell, gerade wenn es B2C ist. Dann zurück zu der Jobbörse. Dann kann man ja sagen, wir kriegen eine Fee, 10, 20, 30, 50 Euro. Je nachdem, wie gut die Börse performt, sind die Unternehmen ja dann bereit, dafür Kohle auszugeben. Das ist ja genau das Prinzip, was Monster und StepStone auch machen. Also das ist zum Beispiel noch so ein Rohdiamant, der bei uns rumliegt, die dnxjobbörse. Und haben natürlich auch noch viele andere Ideen, was wir so in nächster Zeit ausprobieren wollen. Aber irgendwie ist am Ende des Tages immer zu wenig Zeit übrig, deshalb muss man priorisieren. Aber ich denke mal, wir sind ganz gut aufgestellt. Aber es wird bestimmt noch vieles mehr kommen, weil sonst wird uns ja auch irgendwann langweilig. Beziehungsweise mir wird immer richtig schnell langweilig. Also Leute, alle Links zu diesen ganzen Projekten haue ich in die Show Notes. Dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, was wir so gemacht haben, wo ich herkomme. Und wenn ihr noch eine Frage habt zu Monetarisierungs- oder Business-Modellen, wie man online seine Kohle verdienen kann, dann kommt doch auch in die dnx-Community unter dnx-community.de. Ich glaube, die dnx-Community habe ich auch registriert. Das schaue ich mir gleich mal an. Wenn nicht, mache ich es auch. Also ihr könnt auf beide gehen. dnx-community.de. Eine dnx-Domain kostet übrigens 5,80 Euro pro Jahr. Also 50 Cent pro Monat. Das nur zur Info, wenn ich da gerade einfach mal raushaut, dann registriere ich halt die Domain auch noch. Kommt in die Community, stellt mir alle Fragen. Ich bin in der Community am Start. Und ich hoffe, es ist jetzt mal ein bisschen klarer geworden, wie ich meine Kohle mache. Und wenn nicht, Fragen offen sind, schreib mich an direkt oder komm in die Community. Und jetzt, bevor ich mich zum zehnten Mal wiederhole, vielen, 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 vielen Dank für alles. Und wenn du mir noch keine Bewertung gegeben hast und jetzt happy bist mit dem Podcast und den Inhalten, die ich share, dann geh mal bitte nach dem Podcast auf iTunes und gib mir eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Danke, Markus. Jo, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzen Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein dnx-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Liked meine Facebook-Seite unter facebook.com slash meuramarkus. Folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de. Peace and out. Bis zum nächsten Mal.